Wie geht's, wie steht's, wie geht's? Frag lieber nicht, wie's mir geht, denn es kann mir nicht gut gehen. Ich muss Cryo 4 spielen. Fuck, ich hab schon wieder Geräusche gehört. Oh, Converse. Hat irgendjemand von euch schon mal dieses scheiß Spiel gespielt? Ich seh ein Messer! Nein, 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 nein! Oh, ich hasse Kinder, ich hasse Kinder. Nein, fuck! Oh, ich umkreis dich jetzt einfach. Oh, das bringt gar nichts, oh, das bringt nichts. Ah, Hilfe, sterbe! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Oh, langsam sieht's mal wieder aus. Ich hab doch gesagt, fick dich! Scheiße, was? Ich muss von da anfangen? Nein! Und wieso läuft der jetzt automatisch? Hallo, wieso läuft der jetzt automatisch? Hallo? Wieso läuft der jetzt automatisch? Was ist los mit dir? Hat's aufgehört? Ja, okay. Nein, fuck you! Halt's Maul! Das muss halt nochmal machen, kein Problem. Jetzt weiß man ja langsam, was auf einen zukommt. Oh, er übertreibt doch nicht so! Mann! Scheißdummes Kind. Schlecht erzogen, auf jeden Fall. Hatte ich nicht eine Spritze davor? Wieso habe ich die nicht genommen? Ich wollte... Nein, humpel dich jetzt! Ohne Scheiß! Ah, da oben war eine Spritze, ne? Ah, ja, 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 ja. Oh, fuck you! Oh, jetzt humpel dich auch noch, das kann auch nichts werden. Ah, ja, ja. Ich hab's mir gerade aufs Maul gefallen. Schlaas. Okay, dann sollte ich mir mal lieber schnell Morphium reinhauen, weil nur das ist die einzigste Lösung, wenn man verletzt ist, anscheinend. So. Ach, da unten steht, wie viele Spritzen ich habe. Ach, jetzt nicht mehr. Boah. Das ist ja sehr hilfreich, danke schön. Ach, Freunde, das ist ja ekelhaft. Wo war das? Tür 2, ne? Ja, äh, Stockwerk 2. Na, klasse. Jetzt müssen wir mal schnell da durchrennen. Machbar. Halt's im Auge, ich hab keine Angst. Hab ich immer noch nicht, komm mal her. Höh! Ekelhaftes Mistvieh, was auch immer du sein sollst. Du bist wohl ein vergewaltigtes Kind. Da, da sieht man, man darf keine Kinder vergewaltigen, sonst enden die so. Das ist doch Scheißregel. Oh, Mann, ist okay jetzt. Alter. Fuck you. So, bla bla, ja bla bla, die Tür war zu. Hier mussten wir rein. So, bla bla, ich hab's gelesen. Bla bla, da rein. So, Spritze nehmen. Schlüssel nehmen. Bla bla. So, ach so, die Tür ist zugefallen. Boah, ich hab gerade gekämpft wie ein hässlicher Penner. Scheiße. Ich hab mir mal mehr Mühe gegeben. Oh, ich hab gar nicht gemerkt, dass es stinks, dass ich die ganze Zeit das Licht anhatte. Hilfe. Mach die Tür auf. Ich muss sie wieder aus. Das muss ich beim nächsten Mal echt besser klären, Freunde. Komm mal und play with me. Komm. Dankeschön. Alter, was bist denn du? Ah, du explodiert und das kann man gar nicht verhindern, oder was? Das ist ja scheiße. Na ja, gut. Das ist die verschlossene Tür. Die öffnen wir jetzt. Jus. Ich weiß, man kommt mal hier nirgendwo, ne? Komm her. Gegen die kannst du aber auch gar nicht kämpfen, so, ne? Also in der Attacke starten und dann zurück, oder was? Ah, fuck you, das geht gar nicht. Doch, das geht. Nein, doch, nein. Ah, fuck, ne Ecke, nein. So, verdächtest du meine Ausdauer. Durch das Ausweichen verdächtest du meine Ausdauer. Wie schrude ist das denn? Wir hätten sich den Scheiß einfallen lassen. So, jetzt muss ich bei dem gut aufpassen. Und danach sollte ich mal eine Spritze nehmen. Oh, jetzt auf den Nervlanger. Hör auf. Hör auf jetzt mit dem Scheiß. Alter. Nein, 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 nein. Ich sterb nicht nochmal. Vergiss es. Haus dir rein, schnell. Oh, das war knapp. Ich überlebe das Spiel niemals. Komm doch, komm doch. Haha. So, das war Nummero 10. Jetzt kommt Nummero 12, weil ich kann ja nicht zählen. Achso, das war ja da hinten im Raum. Komm, Kind. Komm zu Papa. Nein, so ein Kind hab ich niemals und hätte ich auch niemals. Hilfe. Fuck you. Jawoll. Alter, wie schnell sind die denn? Die sind ja 10 Mal schneller als ich. Lichtgesprändigkeit hier. Oh, scheiße, so. Oh, fuck. Alter, wo kam hier was rein? Wo, wo, wo? Okay, warte mal. Hier war eine Spritze drinne. Und da wurde ein Loch reingerissen. Von wem? Man weiß es nicht. Von aggressiven Kindern. Geh doch mal da rein jetzt. Was ist los mit dir? Ah, so, okay. Da ist etwas an der Decke. Oh, jawoll. Woher weiß ich, dass es ein R ist? Ein Hallenschlüssel. Cool. Jetzt kann ich die Drecksfiecher schießen. Haha. Und ich werde nie wieder Leben verlieren. Ich bin so stolz auf mich. Soll ich da raus? Du hast das Schloss aufgesperrt. Und hier ist zu. Ja, alles klar. Okay, also warte mal. Die Pistole ist jetzt auf. Gar nichts. Äh, Equip. Fuck, wie geht denn das? Achso, hier auf die 2. Ah. Dann mache ich dich auf die 3. Boah, ich habe so drauf. Aber wenn ich jetzt die 1 nehme. Habe ich mir gedacht. Dann nimmt er das Messer und das Handy nicht gleichzeitig. Warum nicht? Was hast du dir dabei gedacht, du Arsch? Duel Wild. So, schon besser. Oder wir probieren mal die Pistole zuerst. Kann er die Pistole und Dings kombinieren? Glaube ich nicht, ne? Weil er die schon so festhält. Duel Wild. Alter, das geht ja sogar. Leck mich mal im Arsch. Der Typ ist ja richtig gut drauf hier. So. Jetzt habe ich doch schon direkt keine Angst mehr. Cool. Wo kann ich rein? Hier nicht. War ich hier nicht schon mal? Bin mir gerade noch nicht so sicher. Doch, hier war ich schon mal. Okay. Dann kann ich ja wieder raus. Wo geht es hier lang? Ah. Hall heißt also Flur oder was? Also nicht Flur, Treppenhaus. Was in der Art oder wieder was oder wo? Use. Cool. Oh fuck. Ja, das hat ja super geklappt. Darauf habe ich wieder Munition verschwendet. Leck mich doch im Arsch. Hätte ich mich einfach treffen lassen können. Na ja, gut. Kann man hier rein? Nein, kann man nicht. Aber wahrscheinlich auch nicht. Gehen wir mal zuerst runter. Ich höre hier irgendwie so ein Motor oder irgendein Scheiß. Wartet mal, in welchem Stockpack sind wir jetzt? Ich müsste doch in den vierten. Okay, da meint ein Kind. Das sehr komisch klang. Aber gut. Oh, schönes Haus. Schönes Haus. Oh, du Arsch, Alter. Du scheiß Penner. Fick dich, Radio. Scheiß da, Alter. Oh, speichern, speichern, speichern. Ich sollte mir ja erstmal die Spritze reinrammen. Bringt ja nichts. Und gib ihm. Vollgeil. So. Saving Progress. Scheiß ist ja wirklich, dass man nur an bestimmten Stellen speichern kann. Das macht die Sache ja wieder kompliziert beim Let's Play. Aber na ja. Ah, okay. Das ist also nur fürs Speichern hier. Oh, eine Spritze. Wird ich fast übersehen. Aber auch nur fast. Fick dich, du Ratte. Nein. 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 Oh, oh, oh. Eins muss ich zurück. Eins. Eins. Du kannst mir nichts. Du kannst mir nichts. Ich muss das irgendwie machen, dass er das kombiniert, ne? Combine. Okay, das ist dann hier. Alter, ja. Ich hab's verstanden. Wieso geht das denn nicht? Steht was in den Notes drin, ne? Hidden Note. Ah, okay. Obala. Das wollte ich nicht. So wollte ich es machen. Wie krieg ich denn das kombiniert in Scheißreki? Die, äh, Dual Wild. Ja, okay. Das hab ich ja jetzt gemacht. Aber krieg ich das auch irgendwie auf die Eins? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Ist doch so scheiße gemacht, ne? Oder ich setz das auf die Eins und setz das auf die Eins. Hat ja super funktioniert, ne? Na gut, Scheiß drauf. Ähm. Wie war's geplant? Ah, ich schütt rück mich hier grad überall. Komm ich hier wieder raus? Ah, so. Dann drücken wir mal auf die Zwei. Und tu nachladen. Dann muss ich das wohl immer per Hand anwählen anscheinend. Ja, dann gib ihm. Äh, combine. Mit Pistole. Achso, ne, Dual Wild. Ja. Alter, Kackspiel. Dual Wild. So. Okay. Ah, war so klar. Ah, okay. Hier waren wir ja drin, ne? Dann speichere ich nochmal kurz. Wenn man doch schon mal hier ist, kann man doch mal kurz speichern. East Floor. Also bin ich auf dem Dings im ersten Stock. Da bin ich ja total falsch. Du bist doch eigentlich in den vierten auch, oder? Hoffe ich grad nicht wieder zurück. Nein. Hier ist nix. Oh, ich soll mit dem Fahrstuhl fahren. Oder was? Cool. Also laufe ich jetzt die ganze Zeit konstant richtig. Wie schwul ist das denn? Ich dachte, ich verlauche mich elendst. Der vierte Stock lässt grüßen. Uh, schöne Badewanne. Okay. Dann gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Ich hasse dich. Okay, ist nix. Meine geheime Notiz Nummer 4. Wo war die Nummer 3? Shit. Das letzte war echt gut. Einen Genuss umzubringen. Gleich mit meinem Messer zu schneiden. Wie essen. Alter, muss man sich die Scheiße durchlesen? Guck mal an Ekel. Hier drin. Wo drinne? Da drinne? Uhu. Hallo. Der Zimmermann. Kleppner. Wie solltest du das mit dir selbst machen? Da ist eine Kette in den Bett. Du hast den Basement-Key. Gehen in den Keller. Ja, ganz bestimmt. Wartet Fritzel auf mich. Was war denn das jetzt hier? Oh, ich kann hier speichern. Uhu. Geil. So, das hört mich immer an. So, aber was hat hier rumgekloppt? War das hier? Da hat doch jemand die Balkontür aufgemacht, oder? Wahrscheinlich schon. Vielleicht kann ich hier runterklettern. Ja, genau. David Bell, Junge. David Bell. Fing dich. Was bist denn du? Schatz, ich hab dir nix getan. Lass mich in Ruhe. Juhu. Alter, ihr seid ja heute wie ein Kind, ne? So, ist hier was drin? Ja, genau. Und da ist natürlich das Seil drin. Natürlich. Wer hätte das? You got the rope. Alter. Boah, wir haben drei Munitionen. Wir sind ja nicht schön sparsam, oder? Bin ich bescheuert. News. You have placed the rope. Oh, ne? Wer da? So. Toll, zwei Schuss. Wen sollte ich mit zwei Schuss töten? Eigentlich sinnlos, also... Keine Ahnung. Boah, wir finden aber auch viel Munition. Komm, da verschwende ich jetzt einen. Wie geht denn das? Lad nach. Lad nach. Achso, ich muss wahrscheinlich jetzt das Handy weglegen, ja? Ähm. Wie mach ich das? Geht das nicht? Achso, warte mal. Die zwei einfach so drücken. Jetzt geht's. Fantastico. Alles klar, dann gib ihm Dual Wild mit Pistole. Schön. Cola-Dosen, Cola... Äh, Cola-Flaschen meine ich, nicht Cola-Dosen. Puh, weiter geht's. Also, ich hab mir das Spiel echt schlimmer vorgestellt. Leicht... Boah, Alter, irgendwo hat sich was geruckelt. Leicht ist es auf gar keinen Fall. Das steht schon mal fest. Obwohl, jetzt geht's eigentlich, ne? Oh, da liegt Munition. Komm ich da dran? Scheiße. Achso, er sagt mir, diese Stangen hier waren auch nicht davor. Tja, vielleicht träumst du, mein Freund. Toll, wieso konnte ich jetzt auf einmal da rein? Oder war ich da schon drin? Ich weiß es nicht. Aber in der nächsten Folge finden wir sie raus und gucken, ob wir einen geilen DVD-Player finden. Tschüss.